Moinsen, willkommen zurück zu Minecraft. Immer noch hier und bin ich immer noch in der Mähne und immer noch die selbe Aufnahme vorproduziert. Diese Folge ist vorproduziert. Allgemein sind die Folgen vorproduziert, weil ich will den mal gucken, dass ich wieder so hinkriege, dass ich jeden Tag eine Minecraft-Folge rausschau. Aber verlasse ich nicht da drauf. Ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. So, auf jeden Fall will ich weiter Diamanten suchen. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Moment, mal ein bisschen Licht, hier ist nämlich Eisen. Keine Diamanten. Und natürlich immer noch ohne Musik, weil ich höre die Creeper besser, wenn sie sich ranschleichen. Oder wollt ihr Musik haben? Wollt ihr mit Musik oder ohne? Könnt ihr mir mal gerne beantworten. Natürlich ein bisschen stimmig, aber ohne, äh, ohne, äh, mit Musik. Weil ich bin ja nicht die ganze Zeit am Quasseln, das ist natürlich schön, wenn da mal im Hintergrund die Musik noch läuft. Und wie auch mein Geklicker von der Maus nicht hört, hat man das ja eigentlich ja, ne? Natürlich, das hört man bestimmt. Mein Klicker, mein Geklackert, das hört man. Ach, da hinten ist er noch. Ich geh mal wieder zurück. Ich will auch nicht zehn Minuten da rumpuddeln, in selben Ecke. Und nachher finde ich doch keine Diamanten, ne? Den, das ich da habe, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich könnte auch so machen, ne? Äh, äh, ich bin da schlau, ne? Ascamon, das war jetzt ganz schlau, was du da gemacht hast. Oh, wat? Er war echt schlau? So, da hinten, obwohl, ich brauche ja XP, ne? Die wissen das. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass da ein Skelett kommt und dann... ...wird ich abgeschossen oder so. So. Gucken, ob hier vielleicht was ist. Der Seite mal ein bisschen lang buddeln. Ist auch nix, ne? Gar nix. Eisen. Eisen, 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 Eisen. Uah. Eisen. Wo geht's denn da lang? Oh, da sind da noch... Oh, ich habe nur noch 18 Fackeln. Oh, aber voll. Ich muss aber wieder heim, sozusagen, nach Hause. Eisen. Da, 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 da. Eisen, Eisen, Eisen. Kohle! Kohle! Kohle ist schöne Kohle. So, die Eisenspitztag ist auch gleich wieder kaputt. Ein bisschen kriege ich auch noch mit hier. So, tack, tack. So, nix mehr. Eisen ist immer gut. Oh, ich habe schon bei den Stecken voll an Eisen. Feuerstein. Brauche ich das? Ne, ne? Bogen. Ach ja, genau. Bogen. Nochmal Danger Dave. Danke. Wollte ich schon im letzten Teil sagen. Bogen kann man nur mit Bogen reparieren. Nochmal danke dafür. Danke dafür. Gleich aufgeschrieben. Ich vergesse das ja wieder, ne? Kennst du mich ja? Oh, ihr kennt mich ja. Ich vergesse ja mal. Einiges. Also, nicht wundern. Oh, jetzt habe ich das wieder eingesammelt. Ich bin so... Na. Kies, die 6 brauche ich jetzt auch nicht. Die 17 Erde brauche ich auch nicht. Oh, ist so ruhig ohne Musik, ne? Ja, wie gesagt. Gib mir eine Antwort. Wollt ihr Musik mit reinhaben? Hier, solange ich in Lamine bin oder ohne. Aber es ist spannender für euch dann. Oder lustiger. Unterhaltung, ne? Weil die Musik nämlich läuft. Dann höre ich vielleicht nicht, wie ein Kripper oder so von Händen kommt und dazwisch und bumm macht. Ich bin noch viel zu weit oben für dir, Mann. Ah, Ebene 15 da. Geht noch. Vielleicht ist es auch wieder biomabhängig, ne? Ich glaube, die Welt hier, die ist noch... Wo ich habe ich gestartet mit 1.8, glaube ich, so. War das 1.8? Ich glaube, ja. Müsste ich vielleicht mal doch später mal ein bisschen weiter laufen. Neues Biom und dann da mal gucken, wie ein Diamanten. Hm. Was meint ihr dazu? Ich werde hier noch ein bisschen freilegen hier. So, das wurde doch irgendwo... Wo war eigentlich, wo ich denn runterkam? Ich habe doch irgendwo... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. So verlaufen, ey. Oh, ich muss hier zurück. War das da? Ne, das ist aber noch Eisen. Ach, das mit den Diamanten, das kann ja noch dauern. Ist ja auch alles so verwinkelt hier. Wie soll ich mir das auch alles merken, ey? Und wenn ich dann hier ein paar Tage, sozusagen, zwei, drei Tage... eher zwei Tage so nicht gespielt habe, dann wieder einlogge und weil ich dann meistens vielleicht so zwei, drei Folgen vorproduziert habe, muss ich einmal wieder gucken, wo war ich denn jetzt? Wo muss ich lang? Oh. Eisen, 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 Eisen. Ich hatte mir irgendwie so einen Weg gemacht, wo ich es so als Trip-Mining machen wollte. Vor allem nicht, wo das war, ey. So, fast Level XP 21. Nicht wundern, letzte Folge, dass ich das hier noch nicht beantworten kann, weil es noch, äh, also letzte Folge ist mit einer Aufnahme, die ich heute mache, also zwei Folgen hier, mit der letzten, und dieser sind das zwei. Deswegen konnte ich noch nicht, in diesem Video sozusagen, noch nicht antworten, was ihr im letzten Video denn, äh, geschrieben habt. Habe ich natürlich denn schon, in natürlichen Kommentarbereich, sozusagen, beantwortet für euch. Aber jetzt sind wir noch natürlich noch nicht in diesem Video. So, und ich weiß immer noch nicht, bin ich jetzt von da gekommen? Ah ja, man, 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 man. Nein, 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 nein. Bin ich denn hier? Askramon, Askramon, die Verlaufe. Ich glaube, ich gehe mal hoch, na, sag mal nach Hause gehen. Holz habe ich auch nicht dabei, sag mal, dass ich mir die Kiste machen können. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder nach Hause Das ganze Gedönsel wegbringen Wenn ich wüsste, wo das rausgeht Andersrum geht es nach Hause Da muss ich ja in die Richtung Kompass Da geht es ja nicht hoch Da müsste es ja hier hochgehen Geht es aber auch nicht hoch, toll Naja, wieder eine Folge ohne Diamanten Ich gucke hier nochmal, kommen wir nix mal Hier haben wir noch ein bisschen Platz hier Ich werde hier noch ein bisschen buddeln Vielleicht haben wir das Glück und finden wir auch noch was hier Ebene, elf Ich finde nur Eisen Keine Diamanten Können natürlich auch offline sozusagen Noch weitermachen, aber dann ist für euch sozusagen auch der Überraschungseffekt weg Falls ich dann doch Diamanten finde Und meine Freude, die könnt ihr dann ja gar nicht hören Nee, dann mache ich so Nee, nee, also dann mache ich dann nix so Dann weiter, wo ich dann gleich aufhöre Weil, ähm Ja, apropos aufhören Ich komme dann auch mal zum Ende Wenn es euch gefallen hat Lass mir ein Abo da, lass mir den Daumen nach oben natürlich Würde mich sehr drüber freuen Feedback natürlich auch, Kommentar Kommentar, Kommentar Aufhören natürlich ist ja nicht so ganz so spannend, ne Farming hier, aber muss natürlich auch mal sein Und wie gesagt, momentan habe ich echt keinen Bock zu bauen Lass mir ein bisschen abbauen hier Abbauen ja, aber nicht bauen, ne Sind ja zwei verschiedene Sachen So, jo, das sage ich mal Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.